. 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 und wieder mit Waffen und so. He, verdammte, verdammte. Komm, mach mal Platz, ich will mal schlafen. Verdammte, verdammte. Verdammte, verdammte. Hast du verdient, hast du gehört? Du verdammte Bandit, du. Kannst du wieder zurück in dein Land abfahren und so Scheissdrücke in deinem Land machen? Aber nicht hier, hast du verstanden? Verdammte, verdammte. Verdammte, verdammte. Verdammte, verdammte. Der Ort ist noch eingenickt. Alles, ich gehe wieder auf ins Hotel. Mach nicht so Scheissdrücke fair. Da ist der Eingang vom Hotel. Verdammte, was ist denn los? Hey, Mann, was ist los, Mann? In diesem Hotel ist echt was los, Mann. Was ist denn hier los? Komm. Ja, Hermano, ich suche meinen Kollegen. Ich habe deinen Kollegen gesehen, er kommt vom Hotel aus. Ich weiss, wo er ist. Wo ist er denn? Der Ort ist nicht mehr da, ja. Er war hier im Ort. Er war hier, ich war da oben im Hotel, siehst du. Oben im Hotel, ich habe alles gesehen, ich habe alles gesehen. Wegen euch konnte ich nicht mehr pennen, Mann. Verdammte, Scheisse, Mann. Dieser Lärm hier, Ambulanz, alles. Verdammt, jetzt muss ich wieder aufstehen und arbeiten, Mann. Verdammte Scheisse, Mann. Verdammt, Mann. Verdammt, Mann. Ich hab immer die Verczeniae bei der Familie von meiner Mann. Verdammt, Mann. Verdammt, Mann! Verdammt, Mann.